So, Freunde, da bin ich wieder und wir haben... Ja, oder ich hab gerade offscreen hier den Kampf erledigt. Unter hohen Verlusten. Naja, unter ein paar Verlusten. Ähm, ja, der war ziemlich fies. Mit diesen ganzen Flugviechern und diese Demon Master, die sind ziemlich bösartig. Aber wir haben es geschafft und ich würde sagen, jetzt betreten wir die Höhle des Löwen. Nämlich den Turm. Außerdem habe ich auch ein bisschen aufgelevelt. Das ist auch ganz cool. Okay, gehen wir mal rein. Aber ich trau mich ja schon fast gar nicht. Oh, den gibt's auch noch. Oh, den geht's. Oh, das wird er. War ja klar Ohohoho Neue Musik Neue Musik Ohoho Oh nein Oh oh Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl Jetzt gerade Was ist das denn? Evil Beast Okay Oh und Greifen hat er auch mitgebracht Böse Greifen Okay Okay Können wir nicht wieder Wie beim ersten Mal hier den Kampf führen Ich will nicht so viele starke Viecher haben hier Aber die Musik ist irgendwie Ziemlich cool Ich würde sagen Wir warten erstmal ab Die Musik ist echt total cool Oh je Ich hab hier echt kein gutes Gefühl bei Ich weiß auch noch gar nicht wie ich hier am besten beginnen soll Ich warte erstmal ab bis die Sich hier oben da so ein bisschen arretiert haben Und dann mal weiterschauen Boah Diese Musik Die macht einen ja richtig Na lassen die nochmal hier Ja Ja ich Sorry Leute Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig gleich ist Aber Ich will ja erstmal nichts riskieren Oh oh Bäm Cool Sogar mit nem Oh Ach ja stimmt ja Diese verfluchten Handschuhe Naja Oh und Blast Level 4 Schön Mindestens Etwas hier Und dann macht Bowie den jetzt sofort platt Auch mit nem Critical Hit Mein Gott wir sind los hier Fängt ja gut an Ach Mist von hier aus kriegen wir den ja gar nicht Aber hier Kriegen wir zumindest den Oh 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 je Was Ach ja die können ja auch zaubern Okay das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Okay gut Das hat ihm nichts gebracht Wunderbar Umso besser für uns Kasin erreicht den natürlich nicht Hier jetzt auch nicht ne Nein Okay dann lassen wir ihn erstmal da Schade Das hätte so gut Für ein Zauber hergehalten Wie die da so stehen Dann stellen wir den Zink erstmal da hin So Können wir hier eigentlich auch Ah ok Na gut Gut dann machen wir es jetzt halt so Dispel Dispel ja super Ist ja richtig langweilig Genau den hat er nämlich auch noch gelernt Was eigentlich voll unnütz ist Aber egal So Dann nutzen wir es doch gleich mal aus Wie die hier stehen Äh sorry Ich muss wieder sagen Die Musik ist einfach wieder cool So Dann machen wir den hier schon mal platt Mit Sarah So 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 Peter kommt auch hier Macht den Rest Okay Müssen wir gleich mal schauen Wie wir es hier am besten weitermachen Dann müssen wir erstmal hier unseren Chester heilen Ähm Dann schicke ich Schicke ich erstmal da hin So Wo hat er hier die restlichen Da oben hängen welche Und Hier auch Und in der Mitte Hm Ach das ist wieder total doof Jetzt weiß ich wieder nicht Hm Mal gucken Dass ich vielleicht erstmal Die rechte Seite hier freikriege Und diesen blöden Drachen Der kann nämlich auch ziemlich böse zuschnappen Die rechte Seite Die rechte Seite Die rechte Seite So, Chester Okay So, Yaha soll mal den blöden Drachen anlocken So, und Sarah soll jetzt mal Hier May heilen